Ein Thema, das sehr oft vorgekommen ist, während meiner Reise gerade auf Gran Canaria und an Algarve, war Gewichtsverlagerung. Es passierte so, dass oft der Boden zu früh getroffen wurde oder der Ball wurde in der Aufwärtsbewegung getroffen, also getoppt. Und die Ursache war, dass das Gewicht einfach viel zu weit auf der rechten Seite war. Das Gewicht blieb hinten. Und der Golfer wusste, dass das Gewicht verlagert werden sollte, aber es wurde falsch gemacht. Oft war das so, da der Golfer wusste, ich muss auf die linke Seite kommen, war er viel zu früh links und dann beim Abschwingen passierte genau das Gegenteil. Er verlagerte das Gewicht nach hinten und nicht nach vorne. So, was wir geübt haben, um das zu verbessern, war das hier. So, was du jetzt siehst, ich verlagere ganz deutlich, ganz durch mein Gewicht auf die rechte Seite. Und das ist notwendig. Weil wenn das Gewicht rechts ist, ist die Verlagerung nach links automatisch. Ich schlage meinen Ball und ich gehe bewusst jetzt auf die rechte Seite. Ich habe sogar meinen Fuß da gehoben. Und von da ist es das einfachste auf der Welt, dann das Gewicht in die andere Richtung zu verlagern. Okay, aber ein paar Dinge sind aber wichtig. Wenn du dein Gewicht nach rechts verlagerst, musst du gucken, dass du viel Spannung aufbaust und dabei schaust, dass der Kopf nur minimal nach rechts dich bewegt und dass das Gewicht auf der Innenseite des hinteren Fußes ist. Wir wollen auf gar keinen Fall das tun oder den Fuß nach außen kippen. Das ist leider auch vorgekommen. Weil dann bin ich einfach viel zu weit rechts und muss ganz weit wieder zurück mit allem. Und das schaffe ich nicht und der Boden wird zuerst getroffen. So, bewusstes Gewicht nach rechts verlagen. Aber Innenseite des rechten Fußes und dann einfach entschlossen das Gewicht in die andere Richtung verlagern. Und dann kannst du dabei auch gerne den Bodenkontakt suchen. Weil durch die Verlagerung nach links hast du viel, viel bessere Chancen, den Boden später zu treffen. Klar, andere Dinge sind wichtig wie Schwungebene. Aber jetzt rede ich nur über die Verlagerung. Das wird dir so viel mehr Power bringen und besseren Kontakt.